So, aufgrund der hohen Nachfrage, wie man denn eine Sonnenschutzfolie an einer Limousinenheckscheibe installiert, werden wir euch das Ganze jetzt heute in dem Video mal zeigen. Im Prinzip sind viele Schritte dazu ähnlich zu dem Kombi, den wir zum Beispiel schon gemacht haben. Das Video werde ich euch jetzt oben rechts, ich glaube, das müsste da irgendwo sein, in der Infocard verlinken. Könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Wir werden jetzt erstmal im Schnelldurchlauf das machen, was quasi ähnlich ist. Also Heckscheibe von außen reinigen, dann mit einem Lenore-Trockner-Tuch einreiben, damit wir quasi diesen milchigen Film haben. Und ja, auf geht's. Was benutzt ihr dafür denn jetzt? Dafür einfach Montageflüssigkeit, spielt aber keine Rolle, kann man Reiniger nehmen. Es geht einfach nur darum, dass da keine Körnchen und so drauf sind, dass man quasi die Folie beim Rakeln nicht kaputt macht. Also egal ob Reiniger oder Montageflüssigkeit oder Glasreiniger kannst du nehmen, was du willst. Man könnte es sogar von außen auch mit einem Kupferlappen reinigen, weil man öfter auch mal so festsetzenden Schmutz hat, den man dann unter der Folie merkt. Aber ich mache das jetzt schon ein paar Jahre so. Wenn man da ein bisschen vorsichtig ist und die Augen offen hält, dann geht das immer. Warum sollte man das jetzt nicht einfach in den Lappen abziehen? Kann man theoretisch auch tun. Ich finde es aber mit einem Abzieher viel angenehmer. Von außen spielt das keine so große Rolle. Von innen dann aber umso mehr. So, wie gesagt, ich habe ja die Tücher in dem letzten Video schon gezeigt. Das sind Lenore-Trockner-Tücher, das heißt, sie kommen eigentlich in den Trockner. Da sprühe ich jetzt hier mit dem Reiniger, also mit dem Dirt-off-Wasser-Gemisch, die Scheibe ein. Einfach nur deswegen, wenn man es mit einem Film- oder mit einem Verlegemittel machen würde, schäumt das halt sehr. Und dann, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen habe ich mir angewöhnt, das mit dem Reiniger zu machen. Der trocknet auch ein bisschen schneller. Gut, bei den Temperaturen spielt das absolut keine Rolle. Aber wenn wir wieder so 15 bis 20 Grad haben, dann merkt man das doch schon. Hier einfach darauf achten, dass man wirklich einen leichtmütigen Film hat. Also ich klopfe das Tuch immer quasi so ein bisschen aus. Könnte aber sein, dass wir sogar ein neues nehmen müssen, weil mit dem Tuch habe ich schon eine Tesla-Hackscheibe gemacht. Also Tesla Model 3. Und die ist ja so gigantisch. Ich weiß nicht, ob da in dem Tuch überhaupt noch genug Talkum und so drin ist. Sieht ganz danach aus, aber gucken wir mal. Ist es dann wichtig, dass dann alles komplett da ist oder ist das ein Problem, wenn da ein paar Lücken dabei sind? Grundsätzlich würde ich sagen, spielt das gar keine so große Rolle, ob da jetzt kleine Lücken drin sind oder nicht. Ich meine, wenn ihr das dann irgendwie nachmacht, werdet ihr wahrscheinlich auch merken, was Andi da sagt. Aber ich mache es immer so, dass da überall das Zeug aus dem Tuch drauf ist. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen zu wenig eigentlich. Aber im Prinzip ist das schon ausreichend. Was wir nur vermeiden wollen, ist, dass die Folie so einen unmittelbaren Kontakt zu der Scheibe hat, weil man die dann überhaupt kein bisschen bewegen kann und so. Und da haben wir jetzt den Vorteil, dass wir die Folie sehr, sehr gleichmäßig schrumpfen können. Da, wo sie nicht angerakelt ist und wo wir sie anrakeln, wird dann halt fest sozusagen. Spielt das eine Rolle auch auf Aufkleber auf der Rückscheibe? Nein, eigentlich nicht. Sollte man sich das etwas entfernen? Das kommt immer darauf an. Im Prinzip kann man die drauf lassen, auch wenn die irgendwo am Rand sind. Solange man da noch schneiden kann, ist das absolut kein Problem. So ein kleiner jetzt wie hier zum Beispiel, den kann man komplett ignorieren, weil der schneiden wir sowieso hier außen rum und da muss auch nicht geföhnt werden, wenn der jetzt hier irgendwo wäre. Das muss man letzten Endes testen. Also ich habe da keine Probleme mit. Aber mag sein, dass der ein oder andere da ein bisschen Probleme mit hat. So, wir verwenden jetzt hier nicht, wie im ersten Video gezeigt, die Luma-Folie, sondern die Solar Screen New Black Plus. Ist auch sehr vergleichbar mit der Luma-ATC, die ich beim letzten Mal verwendet habe. Ist ein bisschen dünner, ist anders aufgerollt und so weiter, aber lässt sich auch auf jeden Fall sehr gut verarbeiten. Findet ihr übrigens auch bei uns im Shop, werde ich unten alles verlinken. Also solltet ihr irgendwas an Werkzeugen, Messer, Wackel oder sonst irgendwas brauchen, schaut gerne in unserem Shop. Wenn wir es nicht haben, könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn wir uns darum kümmern. Aber wir fangen dann mal an mit der Heckscheibe. Also, das Zeug ist jetzt komplett getrocknet. Wie man das übrigens mit der Folie macht, ist vollkommen unterschiedlich. Ich räume das immer von der Rolle ab. Schneide mir das dann hier am Fahrzeug zu. Aber ihr könnt das natürlich auch irgendwie ausmessen und dann am Tisch vorschneiden. Da muss jeder so sein Ding finden. So, wenn ihr es denn so macht, dann vergesst bitte nicht, ein Messer in der Tasche zu haben, weil da steht man immer ganz schön blöd da, wenn man das nicht hat. Das ist mir natürlich auch schon ein paar Mal passiert. Kenn ich zur Benüse, ja. Ja. So, die packen wir erstmal weg. Dann, ganz wichtig, sollte man auch eine Abrechbox in der Tasche haben, die ich mir jetzt hole. Einmal Klinge kontrollieren, also vermutlich wird sie bei euch komplett neu sein. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen was abbrechen, damit ich da eine schön saubere Klinge habe. Man muss natürlich nicht auf dem Glas schneiden, aber es ist, finde ich, eigentlich die schnellste und beste Option, wenn man es finden kann. Also ihr könnt euch natürlich auch ins Glas schneiden, deswegen, wenn ihr euch ein Messer dafür kauft, nehmt bitte das Olfa SVR 2 mit der 45 Grad Klinge. Auf gar keinen Fall das mit der 30 Grad Klinge, da schneidet ihr sofort ins Glas. Und wenn ihr auf Glas schneidet, immer so ein, weiß nicht, drei Abbrechstellen ungefähr raus. Sieht man es, Andi? Ja. Dann in einem relativ flachen Winkel zur Scheibe hin, einmal hier die Seiten trimmen, damit das einmal alles weg ist, genauso wie oben auch. Ihr könnt euch zum Beispiel auch immer mit dem Finger einfach hier an die Dichtung gehen oder auch so rum und dann einfach mal dran lang schneiden. Ich mache das jetzt zum Beispiel so, ich suche mir eine Stelle aus, wo ich schneide. Schneidet hier was weg. Die kann man übrigens sehr gut reißen, die Folie. Da braucht man eigentlich keine Angst haben, dass da irgendwas kaputt reißt oder so. So, die Seiten könnte man jetzt hochstellen, dieses Haar. Würde ich bei stark gekrümmten Scheiben aber zum Beispiel nicht machen, weil man sich dann das Material nach da staucht und letzten Endes mehr zu föhnen hat. Aber wenn man noch nicht so ganz fit beim Föhnen ist, macht das schon Sinn, dass man sich da so ein Haar macht. Und das jetzt einmal überall. Warum nehme ich denn jetzt keinen Baumarkt hat, Vanessa? Weil die Baumarkt-Cutter müssen ja die Eigenschaft haben, Stahlklingen zu haben sozusagen. Und mit einer Stahlklinge wird das Ganze wahrscheinlich fürchterlich schief gehen und man hat schöne Kratzer hinterher in der Scheibe. Wenn man das vermeiden will, sollte man auch entsprechend vernünftiges Werkzeug nehmen. Ich meine, dass das Ding ist, was euch bewusst sein muss, ihr wollt es vermutlich selber machen, um zu sparen. Dann solltet ihr beim Sparen zusehen, dass ihr nicht noch mehr spart und scheiß Werkzeug und so weiter nehmen, sondern euch auch das kaufen, was dafür nötig ist. Oder macht euch das Leben einfach einfacher, letzten Endes. Natürlich kann man sich zu Tode sparen und so ein F***-Kit kaufen, wo ein Rakel drin ist, den ihr gar nicht verwenden könnt, und ein Messer, womit ihr euch die Scheibe zerschneidet. Gut, es soll natürlich an der Stelle keine negative Kritik an irgendjemandem sein, aber kauft euch vernünftige Sachen. Das ist das, was ich damit sagen wollte. So, wir haben uns die Folie jetzt aufgeteilt. Wir können die Folie immer nur oben und unten schrumpfen, hat damit zu tun, die Folie wird bei der Herstellung in Herstellungslinie sozusagen oder in Laufrichtung der Folie unter Spannung gesetzt, also ein bisschen auseinandergezogen. Und das Stück, was da auf Spannung oder gespannt wurde, das können wir jetzt quasi zurückstrumpfen. So, aber wie gesagt, der Teil ist dann wieder gleich mit dem anderen, aber Andi kann das jetzt auch gerne mal zeigen, weil ich beim letzten Mal leider vergessen habe, die Aufnahme an der zweiten Kamera zu starten und somit hat mir die Aufnahme da gefehlt. Noch ein kleiner Tipp zu der Temperatur. Grundsätzlich ist es eigentlich vollkommen egal, wie heiß der Föhn ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr die Hitze kontrollieren könnt. Zum einen Abstand Föhn zu Scheibe oder zu Folie, besser gesagt. Je näher ihr da dran seid, desto schneller bekommt ihr da Hitze und halt über die Geschwindigkeit, wie ihr den Föhn bewegt. Das Ding ist halt, ich kann jetzt zum Beispiel auch so rüber gehen, ohne dass die Folie verbrenne. Man könnte aber auch, wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, den Föhn einfach ein bisschen weiter weghalten und mal gucken, was mit der Folie passiert. Aber wenn man das schon ein paar tausend Mal gemacht hat, dann geht das irgendwann. Hat man bei den Nasen noch was zu beachten, wenn man das jetzt so runterrakelt? Ähm. Kann man da jetzt einfach so rüber gehen? Theoretisch, wenn man es vernünftig geföhnt hat, kann man da einfach rüber gehen. Das Ding ist halt, film mal kurz hier so eine Nase, sieht man das? Ja. Wenn ihr jetzt hier die Spitze habt und anfangt zu föhnen, fangt nicht hier an zu föhnen. Das mag sich jetzt fürchterlich banal anhören, aber anders spricht er auch aus Erfahrung, beziehungsweise wir nehmen die hier mal ein. Nicht hier anfangen zu föhnen und das Material hier überstehen lassen, sondern auch tatsächlich hier anfangen zu föhnen und dann nach unten zu gehen. Also so quasi. Man kann natürlich den Föhn auch frontal halten, zur Scheibe. Was sich aber, beziehungsweise es lässt sich besser föhnen, wenn ihr den so ein bisschen schräg nach unten haltet. Und da müsst ihr dann halt darauf achten, dass ihr halt an der richtigen Stelle föhnt. Das meiste hört sich sehr banal an und sehr einfach. Aber spätestens, wenn ihr dann anfangt, das mal zu probieren, werdet ihr feststellen, dass das alles gar nicht so einfach ist. Ich kann euch eigentlich auch grundsätzlich nicht empfehlen, das selber zu probieren. Es sei denn, ihr habt Lust da halt entweder ein nicht so gutes Ergebnis zu haben, was natürlich auch vom Fahrzeug abhängt. Es gibt Autos, die kann man wahrscheinlich als Laie sehr gut tönen, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Aber grundsätzlich ist es so, entweder ihr kauft euch halt wirklich am besten gleich eine ganze Rollefolie und das Werkzeug und spart euch da nicht zu Tode und versucht es dann einige Male. Man guckt das Video oder unsere Videos am besten ein paar Mal. Oder aber, ihr lasst es gleich machen. Ihr habt natürlich bei uns auch die Möglichkeit, das war zum Zeitpunkt des letzten Videos noch nicht so, wir haben inzwischen vier verschiedene Standorte in Deutschland. Sind zwar alle in NRW und alle relativ dicht beieinander, aber möglicherweise passt das für dich jetzt. Wir sind einmal in Floto, jetzt wo wir hier gerade sind. Dann haben wir noch einen Standort in Dortmund, einen in Oelde und einen in Maasberg, was in der Nähe von Paderborn ist. Wenn ihr dann merken solltet, dass das nicht so gut hinhaut, schaut auch immer gerne auf unserer Seite vorbei. Da könnt ihr zu jeder erdenklichen Tageszeit einen Preis für euer Fahrzeug anfordern. Bekommt innerhalb von ein paar Minuten alle Informationen, die genaue Preisliste, sofern euer Fahrzeug dabei ist. Manche Fahrzeuge sind da noch nicht drin. Ist aber natürlich auch abhängig davon, wann ihr dieses Video seht. Und wenn euch der Preis zusagt, könnt ihr dann auch direkt online einen Termin buchen, bekommt alle Infos per Mail und könnt euch dann auf die getonten Scheiben freuen. und dann auf die getonten Scheiben 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 Dann wechsele ich nochmal die Seite. Das ist übrigens im Hochsommer. Also wir haben heute den 13.8. Unheimlich heiß bei uns in der Halle. Wo wir nur so ein blödes Stahldach haben. Oder Blechdach besser gesagt. Und dann mit dem Föhn arbeiten. Da wird einem ziemlich mulmig. Nein, nicht mulmig. Wie heißt es, Andi? Muckelig. Das wird ziemlich muckelig. Aber auch wieder zu warm zum Puscheln. Ja, und wie. Wie gesagt, man kann natürlich auch relativ langsam da lang gehen. Man muss halt immer nur gucken, was macht die Folie jetzt genau. Ihr seht, hier bräuchte ich jetzt zum Beispiel eigentlich gar nicht mehr nachrakeln. Das Rakeln ist übrigens auch nur dafür gut, dass man das kontrolliert. Wo man denn noch föhnen muss und so weiter. Wenn du jetzt hier so eine Stähle zum Beispiel hast. Die würde ich jetzt nicht nach oben schieben, sondern hier so zur Seite. Du siehst, dass sich hier so ein bisschen was anhebt. Da kann man auch kurz noch rüber gehen. Und das dann quasi so zur Seite ziehen. Oder wie hier. Das ist gerade ein bisschen schwer mit der linken Hand. Es gibt halt auch viele Handgriffe, die man ein bisschen schwer erklären kann, finde ich, bei dieser Arbeit. Da braucht man letzten Endes einfach das Gefühl für. Aber ihr seht auch die New Black Plus, die ja ziemlich günstig ist, lässt sich extrem gut verarbeiten oder extrem gut föhnen. Und hat sogar eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren. Oder was ist das, bis zu 10 Jahren. Oder eine Garantie von 10 Jahren. Also könnt ihr auch ruhigen Gewissens kaufen. So, jetzt kommen wir wieder zum Schneiden der Folie. Die habe ich im letzten Video, glaube ich, schon empfohlen. Ist wirklich extrem gut. Also wenn ihr vorhabt, das öfter zu machen, kauft euch die Lampe. Kostet zwar 50, 60 Euro oder so, aber die ist wirklich wert. Zum einen habt ihr kein nerviges Kabel. Und zum anderen ist die echt super hell. Werdet das, glaube ich, hoffentlich mal merken, was ich meine. Habt ihr jetzt einfach mal auf die Hutablage gestellt. Den habe ich schon abgebrochen. Ich fange jetzt einfach mal hier an zu schneiden. Schneid so anderthalb Millimeter ungefähr größer, würde ich mal behaupten. Ist aber immer abhängig davon, wie viel Platz ihr im Endeffekt habt. Habt ihr viel Platz, könnt ihr auch größer schneiden. Habt ihr wenig Platz. Müsst ihr natürlich kleiner schneiden. So, hier komme ich nicht ganz drum herum, die Klinge ein bisschen spitzer zu halten. Aber ich hoffe, man sieht, wie viel Licht diese Lampe macht, oder Andi? Ja. Und jetzt zum Beispiel hier auch die 85C, die hat eine Abdunklung von 88%. Also ist quasi tief schwarz. Tut ziemlich viel zur 95er. Und da sieht man das trotzdem ziemlich gut. Warum schneiden wir den jetzt aus? Warum können wir das nicht einfach komplett drüber schieben? Weil das hier irgendwie nicht geht. Wohin willst du schieben? Weil hinter dem schwarzen Rande Scheibenkleber. Und dementsprechend kannst du da nirgends, das nirgendswohin schieben. Jetzt müssen wir die Lampe noch einmal umstellen. Übrigens, was Andi und ich uns gerade einfallen lassen haben. Wenn ihr jetzt das erste Mal zuguckt oder auch das zweite Mal, spielt eigentlich keine Rolle. Überlegt euch mal, ob ihr uns nicht abonnieren wollt. Weil wir werden demnächst so eine Art Podcast ins Leben rufen. Wo wir auf alle möglichen Probleme, Werkzeuge und so weiter und so fort vom Scheibentönen eingehen werden. Das heißt, wie geht man mit diesen Dachkantenspoilern um, die jetzt die meisten Autos haben, wo man an den oberen Rand nicht mehr kommt. Und welche Werkzeuge gibt es für welchen Einsatzzweck und so weiter und so fort. So, ich hoffe, man erkennt auch den Nutzen der Lampe. Ich brauche die jetzt ein paar Mal umstellen. Okay, jetzt ein bisschen weiter in Richtung Mitte rein sollen und nicht so in die Lampe gucken sollen, weil ich sehe jetzt nicht mehr viel. Ich habe einen weißen Fleck vor den Augen, aber geht irgendwie. Ich hoffe, ich schneide richtig. Ich sehe echt gar nichts. Wieso habe ich in die Lampe geguckt? Siehst du schon das Licht am Ende des Tunnels? Ja. Leider schon. Bei dem Folien abreißen, wenn man jetzt noch nicht komplett geschnitten hat, so wie du es jetzt in letzter Zeit gemacht hast. So. Genau. Muss man da irgendwas beachten oder kann man das einfach von der Seite wegreißen? Grundsätzlich gibt es nicht viel zu beachten. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wenn ich reiße, dann reiße ich nicht einfach so nach oben. Ich versuche die Folie immer, wenn sie jetzt quasi hier noch dran ist, so abzureißen. Also von der Stelle weg, die ihr noch braucht. Okay. Hier kann man es zum Beispiel zeigen. Es gehen zwei Wege. Ich könnte jetzt zum einen hier hinziehen oder halt auch so rum. Ihr dürft halt nur nicht nach oben oder so reißen. Aber die lässt sich ziemlich geil abreißen, wenn man es denn braucht. Man kann es natürlich auch alles dran lassen und hinterher alles abmachen. Aber ich reiße mir die Mapp, dann sehe ich immer sofort, bis wann ich geschnitten habe. Braucht da nicht irgendwie nochmal gucken. Und übrigens muss man das natürlich nicht so hundertprozentig machen wie ich. Ich meine, diesen Schnitt sieht man hinterher nicht, weil er hinter dem Siebdruckrond verschwindet. Aber ich habe mir angewöhnt, das möglichst sauber zu machen. Bei manchen Autos, bei manchen Scheiben sieht man den Schnitt halt doch. So, nächster Schritt. Die Lampe wieder aus. Das ist ein Energiesparmodus. Die wird jetzt auch stören. Deswegen hänge ich die wieder hier in die Wand. Nächster Schritt. Ich nehme mir jetzt die Montageflüssigkeit und den Abzieher. Und weil wir die gleich aufrollen, behalten wir den Liner, also die Schutzfolie erstmal. Und dementsprechend möchte ich jetzt auf dieser Seite so wenig Schmutz wie möglich haben. Deswegen ziehe ich mir das hier einmal ab. Warum ist es für dich einfacher, es einfach aufzurollen, statt es einfach an einer großen Scheibe dran zu machen? Weil die Handhabung dann sehr schwer wird. Ich meine, vielleicht weiß der ein oder andere ja, so eine Tönungsfolie besteht halt nicht aus weichem PVC, sondern aus hartem Polyester oder PET. Und wenn man die knickt, oder das Material ist generell nicht so, wie soll man es denn nennen, es verzeiht nicht viel. Also wenn du da Knick reinmachst, dann ist das schon blöd. Ich meine, man kann sie rausbekommen, man kann sie rausarbeiten. Dafür muss man aber wissen, wie. Und letzten Endes, wenn man dann, ich meine, du kannst mich ja mal kurz zeigen, wenn du dann die Folie irgendwie so hast und dann da irgendwie reingehst. Ich meine, guck mal, selbst hier kommst du ja schon irgendwie in Schwierigkeiten. Wie gehst du jetzt rein, wenn ich da so eine aufgerollte Folie habe, ist es um einiges einfacher. So. Das Film-On, was wir benutzen, und das Deut-Off kriegt ihr auch bei uns im Shop. Auf dem Film-On-Fläschchen steht immer 3 bis 6 Milliliter pro Liter Wasser. Ist aber stark abhängig von den Temperaturen. In der, weiß nicht, im Frühjahr, Herbst, Winter machen wir so 4 bis 6 Spritzer rein. Und wenn wir solche Temperaturen wie jetzt im Moment haben, also das ist diese schlimme heiße Zeit, wie gesagt, je nachdem man hier das Video sieht, machen wir schon 10, 11 Spritzer rein, damit wir einfach ein bisschen die Möglichkeit haben, die Folie zu verschieben noch. Ja, von außen wieder befeuchten und dann irgendwie, am besten lasst euch einen Fingernagel überstehen, weil das wird sonst absolute Katastrophe. Ich habe mir die, ich glaube, gestern erst geschnitten oder so, und jetzt habe ich die Probleme, die Folie aus Neuer zu bekommen. Da gibt es auch mehrere Techniken, kann man zum Beispiel mal mit den Zähnen drinnen, aber an der Heckscheibe ist das jetzt ein bisschen blöd. Wenn man mit der Zähne an der Heckscheibe rumzuknabbern, ist halt übersichtbar. Naja, ich könnte die Folie ja hochnehmen, jetzt habe ich es aber langsam. So, jetzt haben wir es langsam. Ich hoffe, man hört unsere Nachbarn hier nicht im Hintergrund. Warum ist es wichtig, dass du auch nochmal unter der Fritzfolie auch nochmal anzumassen? Ich glaube, das kannst du selber beantworten, oder? Natürlich kann ich das selber beantworten. Ja, dann mach mal. Obwohl, dich hört man wahrscheinlich nicht so gut. Naja, die Folien werden nass geklebt. Und dementsprechend brauchen wir Kleber, äh, nee, brauchen wir Wasser auf dem Kleber. Aber warum sollte man jetzt die Folie nicht einfach schon vorher komplett abnehmen und dann einfach schon reifkleben? Weil dann viel zu viel Schmutz auf dem Kleber ist letzten Endes. So, jetzt müsst ihr euch Gedanken machen, von wo ihr anfangen wollt, von innen abzurollen. Ich mache das immer von links, ich halte die Rolle mit der linken Hand und rolle mit der rechten ab. Das heißt, ich rolle sie mir jetzt hier andersherum auf. Einfach die Folie ein bisschen anheben. Und am besten möglichst eng aufrollen. Ist auch vollkommen geschmackssatt, also gibt es kein richtig und falsch. Weil ich rolle es immer möglichst eng auf. Brauche auch ein bisschen Übung, bis man das hinbekommt. Übrigens, zugeschnittene Folie kaufen macht keinen Sinn. Ihr habt eben gesehen, die Schwierigkeit bestand gar nicht darin, die Folie zu schneiden. Einer Meinung nach. Das kann jeder anders sehen. Sondern eben Föhnen. Und wenn ihr da jetzt eine Folie habt, die schon zugeschnitten ist, bringt ihr euch das leider herzlich wenig. Weil ihr sie noch föhnen müsst, obwohl es da auch vorgeföhnte Folien gibt. Aber die sind dann halt schweineteuer, kosten so ein Set, keine Ahnung, 180 Euro, 150 Euro oder so. Und da kommt noch die Schwierigkeit dazu, die Scheiben richtig oder die Scheiben richtig zu reinigen. Dementsprechend kauft euch lieber Meta-Ware oder gleich eine ganze Runge. Und macht das dann damit. So, hier sind wir erstmal fertig. Jetzt hole ich erstmal diesen mildigen Film darunter. So, um noch einmal kurz auf das Werkzeug einzugehen, weil wir hier jetzt ein anderes Werkzeug benutzen als bei einem Kombi. Wichtig dabei ist, dass ihr so einen Bulldozer habt. Ohne den geht es gar nicht. Kommt natürlich aufs Auto an. Manchmal kommt man noch mit dem Slammer hin. Aber ich würde immer empfehlen, einen Bulldozer zu kaufen. Kostet glaube ich auch immer so ein 16 Euro oder irgendwie sowas. Also als erstes brauchen wir hier was zur Reinigung. Hier haben wir ein Scrub-Pad. Das ist halt wie so ein Kunststoffschwamm. Ein bisschen härter. Damit kann man schon mal gröbere Verschmutzungen lösen. Wenn auf der Scheibe wirklich sehr, sehr fest sitzender Schmutz ist, empfiehlt sich ein Kupferlappen. Das Geile an so einem Lappen ist halt, er hinterlässt keine Kratzer. Aber er nimmt halt sehr viel Schmutz mit. Dann einen Abzieher. Den habe ich glaube ich im letzten Video auch schon gezeigt. Weiß überhaupt nicht genau. Den kann man halt so knicken. Werdet ihr gleich sehen, wofür man das braucht. Oder wofür das sinnvoll ist. Den Kollegen hier, der Stroke-Doktor ist der glaube ich. Der ist absolut... Den braucht man eigentlich nicht. Ich habe den nur gekauft zum Testen. Aber ich benutze den eigentlich nie. Wichtige Werkzeuge sind jetzt halt die hier. Conqueror braucht man auch nicht unbedingt bei so einer Limousine. Aber nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und einen Lappen. So, was hast du da mitgemacht? Ich weiß nicht. Wieso ich? Ja, weiß ich nicht. Ja gut. Hat noch genug saubere Stellen. Was wir natürlich mitnehmen sollten, ist Reiniger und Montageflüssigkeit. Ich glaube ohne geht das nicht so gut. So, Andi, vielleicht macht es Sinn gleich, wenn ich die Folie installiere, von vorne zu filmen. Achso, du kannst mal zeigen, wie ich die Rolle da platziert habe. Warum hast du denn jetzt eigentlich die Folie da platziert? Genau da. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Nein, man sieht es nicht so gut. Ich gucke auch mal von vorne. Da hat es ja hingeregt. Warum liegt sie da? Nein, damit ich da gleich rankomme. Letzten Endes. So, wir tönen ja jetzt nicht das erste Mal diese Scheibe. Hat Andi ja schon mal ausprobiert. Und war nicht so hundertprozentig zufrieden. Deswegen darf ich jetzt nochmal ran. Und kann euch das natürlich zeitgleich auch nochmal zeigen. Also ich gehe jetzt erstmal bis fast ganz unten mit dem Scraphead rüber. Und dann, das funktioniert besser mit dem Scraphead, nämlich mit dem Bulldozer. Gibt es aber auch noch so einen extra Bulldozer, der hat auch so einen Schwamm da schon drauf, theoretisch. Dann macht das immer so. So, jetzt fange ich mit dem Abzieher an, von oben abzuziehen. Ja, erster Streifen. Und der zweite. Und jetzt, sieht man das Andi? Ja, er wird mich sowieso nicht hören. Ich nicke den ab, nehme den so in die Hand. Und kann dann damit hier wunderbar bis fast ganz unten abziehen. Ist halt, wenn man darauf achten möchte, möglichst wenig Schmutz zu haben, wirklich das Effektivste. So, ganz bis nach unten komme ich nicht. Spielt auch keine Rolle. Jetzt nehme ich mir den Bulldozer wieder. Und schiebe das restliche Wasser mit dem Schmutz einfach nach unten. So, achso, bevor ich es vergesse, einmal den Lappen nehmen. Das ist auch keine Pflicht. Ich habe die erste Zeit auch nie gemacht. Einmal die Ränder sauer machen. So, wie es halt geht. Hier bei so einer Limousine natürlich nur bedingt. Aber was soll's. Was man jetzt auch noch machen kann, wenn man einen großen Lappen hat, man legt ihn über den Bulldozer. Und geht dann unten am Rand nochmal dran. So, jetzt kommt der ganze Trick an der Geschichte. Andi, willst du mal rumkommen? Natürlich. Wundert euch nicht. Wir müssen die Heckschraube jetzt so ein bisschen fluten. Ihr habt ja gesehen, ich kann nicht komplett bis unten abziehen. Also der Bereich, wo ich nicht abziehen kann, den spüle ich jetzt einmal ab. Damit da wirklich jeglicher Schmutz weg ist. Wenn ihr noch bis hierhin dran geblieben seid, bleibt bis zum Ende dran. Andi wird euch gleich mal ein bisschen erzählen, wie das denn so am Anfang ist mit dem Scheibentönen. Ich meine, bei mir ist das ja jetzt schon ein paar Jahre her. Kann ich mir ganz so genau nachvollziehen, wo die Schwierigkeiten am Anfang waren. Aber Andi ist ja jetzt erst, ja, anderthalb Monate dabei. Der wird euch da, glaube ich, noch ein paar Takte zu sagen können. Jetzt, äh, Hände nass machen. Seht ihr zwar nicht, aber macht ja nichts aus. Gut, jetzt seht ihr es doch. Jetzt nehme ich mir die Folie. Ganz wichtig halt darauf achten, wie man die ablegt. Und jetzt trennen wir den Liner von der eigentlichen Tönungsfolie. Liner ist hier auf der Rolle. Den lasst ihr auch da drauf. Und fangen an, die Folie hier abzureihen. Die wird natürlich nicht sofort halten. Das heißt, wir müssen erstmal ein gutes Stückchen abrollen. Nach Möglichkeit aufpassen, dass man hier nirgendwo gegen die Verkleidung kommt. Hier ist ein zweiter Mann immer von Vorteil, der die Folie halten kann. Aber muss Andi jetzt nicht unbedingt machen. Geht natürlich auch alleine. Und spätestens jetzt bei den Temperaturen kann ich nie unterscheiden, ob das Schweiß an meinen Armen ist oder Montageflüssigkeit. Gibt dann noch eine andere Möglichkeit, indem man sich den Liner in der Mitte teilt. Ist vielleicht auch ein bisschen cooler. Kenne ich schon ewig, die Technik habe ich nie ausprobiert. Weiß ich nicht. Komm, so eigentlich auch ganz gut klar. Vielleicht wäre das Ergebnis noch ein bisschen besser. Aber, dass das angeht haben, wäre eigentlich auch keine Probleme. Oder, Andi? Nö, eigentlich nicht. Irgendwie haben wir null zufriedene Kunden. Wie kann das sein? Das ist aber die beste. Muss ja irgendwie so sein, ne? An sich ja. So. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen mit der Folie auf die Unterbleide gekommen, aber halt nicht mit dem Kleber. Jetzt schiebe ich mir die Folie einfach ein Stück runter. Ich müsste halt wirklich darauf achten, dass ihr da genug Montageflüssigkeit habt, damit das überhaupt funktioniert. Jetzt positioniere ich sie mir quasi schon so, wie sie sein muss. Klappe sie jetzt hoch. Gucke, ob sie überall anliegt. Okay, da ist sie ein bisschen wie in die Verkleidung gekommen. Gucke, ob sie überall anliegt. So. Fertig. Fertig ist die Do-it-yourself-Scheibe. Jetzt einfach trocknen lassen, dann sieht es perfekt aus. Nein, natürlich nicht. Typischer Anfängerfehler. Jetzt kommen wir zum Eingemachten. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich war das das Schlimmste jetzt schon drüber. Jetzt einfach nur auswackeln. Und darauf achten, dass man die Folie nicht irgendwo staucht oder so. Warum machst du jetzt einfach da so einen Querstrich? Naja, um die Folie so aufzuteilen, wie sie von außen auch auflag. Wir haben ja von außen auch so angefangen, dass ich erst von der Mitte aus, oder ich habe die quasi in der Mitte glatt gezogen. Und das Gleiche mache ich jetzt von hier innen auch. Es gibt da unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Ich kann natürlich auch mit so einem Kreuz arbeiten, oder plus besser gesagt, oder was auch immer. Aber wieso kann man jetzt nicht einfach ganz normal mit dem Rakel von unten nach oben einfach arbeiten? Kann man. Aber? Aber nichts, kann man. Aber nichts. Naja, ich mache das halt so, weil ich es mir so angewöhnt habe. Man kann halt auch so. Man muss ja sowieso gleich machen mit dem Bulldozer. Das spielt eigentlich keine Rolle. Das ist halt so bequemer an der Scheibe. Was ist mit den Heiztreten? Muss man da auch für irgendwas achten? Nö. Jetzt ein bisschen lass machen. Jetzt kommt der Bulldozer wieder ins Spiel. Sieht man eigentlich noch genug vom Licht? Ich komme mal von der anderen Seite rein. Beim Thema Bulldozer müsst ihr nur aufpassen, dass ihr da nicht irgendwo hängen bleibt, so wie ich gerade. Oh, ich bin hängen geblieben. Gerade hier bei dem E39 ist das mit der Ecke da im dritten Räumstlicht ein bisschen scheiße. Die Möglichkeit immer, nicht nach oben einfach ziehen, sondern erstmal so, dass ihr den wieder ein bisschen freier bewegen könnt. So, und theoretisch war das schon die ganze Magie. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Blumex drüber, damit ich möglichst viel Wasser da rausnehme. Und dann sind wir theoretisch schon fast fertig. Ja, wieso macht das Sinn, mit dem Blumex nochmal rüber zu gehen? Was man oft nicht sieht, oder gerade als Anfänger oft nicht sieht, ist, dass man irgendwo Wasser überstehen lässt. Und wenn man sich jetzt die ganze Scheibe oder die ganze Folie nochmal nass macht und dann überall da nochmal lang geht, wo Wasser ist, kann man sich eigentlich echt sicher sein, dass das Wasser überall raus ist. Deswegen unbedingt Blumex benutzen. Kann man natürlich auch mit einem normalen Wackel machen, aber ist nicht so angenehm wie mit dem Blumex. Hier das zum Beispiel, bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt komplett bis unten an der Wackel, ne, so ein bisschen lass ich über. Gehe ich mit dem Bulldozer gleich nochmal lang. So. Und spätestens jetzt, wenn ihr das im Hochsommer macht, werdet ihr wahrscheinlich genauso wie ich komplett nass sein. Das meine ich zum Beispiel. Jetzt bin ich an der Ecke hängen geblieben und ziehe mir dann so zur Seite. Einfach mit gut Druck nochmal nach unten schieben. Wie gesagt, bei den Heizritten braucht ihr absolut keine Angst haben. Da passiert eigentlich nichts. Höchstens beim Demontieren der Folie, wenn die Heizritte ein bisschen schlecht verarbeitet sind. Kann natürlich auch mal vorkommen. Aber im Normalfall sind die sehr, sehr robust. Ja, einmal trocken machen. Aufpassen, dass man sich das Wasser nicht wieder unter die Folie zieht von Rand. So, Andi, willst du mal von außen zeigen, was wir da gemacht haben? Natürlich. Ich weiß zwar selber noch nicht, ob es gut ist oder nicht. Aber schauen wir doch mal. Okay, hier ist noch ein bisschen Wasser. Das können wir jetzt gleich mit dem Slammer rausholen. Fokussiert er überhaupt? Fokussiert er, ja. Da müssen wir noch Wasser rausholen. Hier den Punkterand, den würde ich erst mal so lassen. Man kann natürlich jetzt mit dem Slammer auch noch mal dran lang gehen, aber da wird sich nicht mehr viel tun. Das würde ich lieber erst mal antrucken lassen und dann hinterher, wenn es ein bisschen getrocknet ist, nochmal nachdrücken. Aber machen wir jetzt mal die Luft da quasi raus an der Ecke. Eben nicht gesehen. Sowieso noch ein kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr eine Scheibe fertig habt, kontrolliert die sehr gut. Besser als wenn ihr da irgendwie eine halbe Stunde eine andere Scheibe macht oder eine Stunde. Dann könnt ihr da vielleicht nichts mehr retten, weil das schon zu sehr angetrocknet ist. Aber im Prinzip sind wir fertig. Ja, es war halt ganz einfaches einfach mal draufkleben, ne? So in etwa. So. Viel Spaß beim Salbermachen. Guckt in unseren Shop. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Und abonnieren nicht vergessen. Demnächst kommen häufiger Videos. Macht's gut.